Ich habe hier beim letzten mal diese Baumstümpfe aufgeklebt und habe auch begonnen diesen Hügel hier weiter aufzuschütten, also aufzubauen und zwar mit Hilfe von diesem Styropor hier. Und genau an dieser Stelle möchte ich jetzt eigentlich weitermachen. Sollte sollte und 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 So, das kann schon mal hingestrichen werden. So, das kann schon mal sein. Und aus den Resten zippel ich mir hier mal die übrigen Kanten zusammen. So, das kann schon mal sein. 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 So, wieder einmal aufgeschichtet. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen was an Sand aufschütten. Vor allem um diese Rille hier zu dichten. So, wieder einmal aufschütten. So, wieder einmal aufschütten. So, wieder einmal aufschütten. Ich wollte mal sehen, ob das Bild noch scharf ist. Das kann wohl so sein. So, wieder einmal aufschütten. So, wieder einmal aufschütten. So, wieder einmal aufschütten. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich kann sogar noch ein bisschen abstreuen. Dabei versuche ich, die ganze Aktion noch etwas zu glätten. Und was ich noch tun kann. Das ist, hier die Pflasterung zuzuschneiden. Und zwar für diese ganze Fläche hier. Dann schneide ich zunächst einmal die Kanten ab. Und zwar für diese Fläche. Und zwar für diese Fläche. So, wieder einmal aufschütten. Jetzt noch etwas zu werden. Wenn ich mein Skapell nicht verbummelt hätte oder einen Stift zur Hand hätte, würde mir das Ganze auch leichter von der Hand gehen. Sollte die 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 Hand gehen. So könnte das beim nächsten Mal aufgeleimt werden.